hallo leute und herzlich willkommen zurück zur adventure map mit dem lieben burtog und dem toni und wir haben ja grandios schon drei stages geschafft jetzt sind wir bei der vierten immer noch so krass drauf sind das hier ist eine leute was sie bitte noch ja die ich noch vorlesen dann heißt das challenge mit text was heißt pro oder doch pro pro kocker pro kocker nach power schrift ist tech ein power also wir haben hier wieder dieses bieterms die wir letzten schon hatten okay keine ahnung stellen schrift ist der moskow montag user das sind die meisten text die wir sowieso haben und sps wind intensiv stellen schrift ist tech und selbst der schicke lot of sprinting okay ja irgendwas von mir gelaufen konnte ich nichts mehr sehen ich weiß nicht was das hier soll aber ich weiß nicht was das hier soll aber ich weiß nicht was das hier soll aber hier steht ja komm einfach also mach ich nicht in der challenge an ja er will ich jetzt in welcher challenge 4 3 3 aber kommst jetzt lasst mit allem nicht kommen bitte mal okay komm ich einfach mal unterfallen äh jetzt ist das aus lol nein das ist san boah alter junge ich okay ich will auch mit dem licht rumzuschirm das nervt also bisher kommen wir ja sehr gut durch die maus auf jeden fall naja ja ja karte du die krater genau toni bist ja auch schlecht ja das sind auch die krassen springe hier schon okay das war peinlich pro tag ich hoffe du bist peinlich gerührt ja ich habe die challenge zuerst geschafft ja ich bin ja pro du bist heute nicht der pro pro was ist das da oh nein ach nein ach tut nichts familie mama papa was soll das denn äh 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 gut ähm jetzt kommt hier nein alter wie soll ich dann da oben drauf und geh runter auch k neig ich sogar nix dazu weil es ja stimmt ja alle botox die zieht mich gerade mag ich auch alter unerwössig geh wenn ich hier nicht sie trägt dann so ooooh ich muss noch gar nicht mehr nein da falle ich noch runter da falle ich noch runter nein lol lol was ja ich glaube ich habe denselben Fehler gemacht wie du ja da oben waren was denn da ne ne du ne du ne du ne ich bin dagegen gesprungen ich war zu inkompetent nein schon wieder ja ja den letzten sprung der ist in die kacke der ist kack yes 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 geil ne also ich könnte nicht schon auf ne warthog jetzt kommst du denn wo selbst du anfängst zu weinen nein ich habe keinen doppelsprung gemacht alter ich ich voll grad noob ey grad voll noch so pro gewesen ist schon wieder noob ey jetzt hängst du wieder mit mir ab weißt du ja 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 wie beim letzten mal wo du eine aufgegeben hast ja ja wo ich immer noch wo ich immer noch lachen muss ja ja ich hatte einfach keinen bock mehr ich hatte einfach keinen bock mehr außerdem liegt auch jetzt grad wie ich ich kann jetzt auch diesmal wieder aufgeben weil ich ich hab schon wieder essen vor mir liegen boah alter junge das kann ich immer als NEIN warum bin ich da drüber gesprungen das kann ich immer als ausrede zählen na doch ich kann ja noch kemmern machen und ähm 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 nein ne will ich gar nicht weil da müsste ich mich dein bild angucken das wäre schlimm äh von kriegsbrechkreis ja das ist natürlich oh ey das ist doch scheiße mich kostet das jetzt schon wieder an ich laufe ja auch wirklich nur die ganze zeit nach unten ah das ist gut der brutto sieht das ja nicht ne aber brutto lässt sich einen abwägen und oh alter weil ich den anderen challenge jetzt schon viermal geschafft hab alter alter krass ich weiß welchen fehler beim ersten mal gemacht hast du hast doch diesen eckensprung gemacht oder ja ja hab ich grad auch versucht da oben ist ne wand ja 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 die hab ich aber nicht gesehen so nein äh von der potok ja ich darf auch nie die challenge machen du hast zu sagen auch grad schon wieder gegen die ich gestern verstoßen habe ach nicht gut ja ihr müsst euch mal bitte dran halten du hast denn nur in Ruhe stehen ist auch nicht ja dann bieb mich das sonst hin ja ja eben du kannst du kannst doch klar du kannst du kannst du kannst du boah ja 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 dann werde ich an den anfang an den start point du kannst doch teleporten nein warum nicht du kannst auch so viele reporter benutzen warum wirst du nicht ja ich hab's geschafft oh Gott oh Gott jetzt bin ich denn nur wieder Boah wir müssen warten ich weiß wir können stundenlang warten ich äh sie ist eine pizza vor mir ich werde jetzt nicht ohne die arbeiten können ja oh komm so fick dich fick dich oh kann das sagen muss eigentlich Kraftausdrück wie Hitler ähm happy 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 alles ich hab's da okay cool dann darf ich jetzt also richtig schön fluchen nein aber das ist eine weil jetzt ist ein paar der Körner gestern sozusagen wir sind ja hier sozusagen am zweiten aufnahmentag etc 3 und er kann er bereits so richtig wie es drauf hätte wenn ich wahrscheinlich richtig eher angepasst weil so eine ähm hier Leiter... Aber diese Treppen sind kacke also... Leiter sind ja nicht eine Sache, aber Treppen sind echt kacke. Du hast einfach alle Sprünge, kann das sein? Ja. Bruchdruck, dann können wir ja schon mal so ein bisschen... Äh, ein bisschen... EI! Okay, dann klauern wir halt nicht. Was war bei Ihnen los, äh Menschen? Oh, sind hier wieder... Gott, wie schlecht. Nein! Nein! Och Mann! Da ist jemand ausgebrochen, guckt mal Leute, hier ist jemand ausgebrochen. Ja, mach mal. Ja, Bruchdruck sowieso. Er ist geschafft. Nee, f***t euch ja. Aber Bruchdruck, wir können ja schon mal so ein bisschen erzählen, weil wir sind ja... Wir sind ja immer ein bisschen... Ja, pass doch bitte auf, dass Bruchdruck... Das Bruchdruck... Nee, Bruchdruck macht nichts, er bleibt hier stehen, Bruchdruck. Bleibt hier stehen, Bruchdruck. Bruchdruck. Du kannst ja hin und her laufen, das ist ja in Ordnung. Er ist verrückt. Ja, aber wir können ja schon mal ein bisschen plaudern, was wir... Wir machen ja heute Abend, ähm, besser... Morgen Abend ja einen Livestream. Ach, was? Ach, nö, ne? Ach, Alter, nö! Wir haben das doch abgesprochen, Toni, mit dir auch. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, deswegen sag ich ja auch nö. Und, äh, wir werden uns... Wir können ja schon mal so ein bisschen plaudern, was wir ungefähr vorhaben, damit die Leute auch... Ja, das wird sowieso erst nach, das wird sowieso erst nach, äh... Ich weiß aber, dass man so ein bisschen plaudert, dass die auch überprüfen können, ob wir auch die Wahrheit gesagt haben. Weil wir nehmen ja immer ein bisschen vorher auf, dann ja. Hä? Manchmal kriege ich diesen eigentlich... Diesen Verschirmfuß nicht, was soll das denn? Wie lange kriegt man den eigentlich? Also ich weiß auf jeden Fall, dass René zu uns wollte, das weiß ich, das hab ich in deiner letzten Folge, glaub ich, gesehen. Aber er war... Ich weiß nicht, hast du ja auch gesehen, glaub ich, gestern oder vorgestern, die Folge, hast du die gesehen, Bruchdruck? Äh, nein. Wo er... Achso, äh, ja klar, doch, klar, die... Wo er hingelaufen ist in die total falsche Richtung. Achso, ja. Da musste ich echt lachen, das war doch richtig lustig. Aber wir müssen... Ja, die ganze Folge hab ich mir ausgelast. Außerdem, ich meine, äh, habt ihr euch die Brü... die Rüstung von ihm schon mal angesehen? Ja. Wenn er... wenn er zu uns kommt, können wir ihn mit einfach... mit einfach ganz schnell schnell töten, das ist... Die Rüstung, die wir haben. Er hat auch die Diebesrüstung. Er hat auch die Diebesrüstung. Die ist natürlich schlecht. Wow. Ja, also die hab ich ja auch. Ich hab auch nur die Diebesrüstung. Nein. Nein, guck mal. Guck mal, äh... Junge. Und ich hab sogar... Wenn sie perfekt enchanted ist, dann ist sie ganz okay, ja. Kata, Kata, aber du musst bedenken, das ist ja... das ist ja noch nicht mehr sowas. Sondern außerdem, es geht ja nur darum, dass... dass wir sowieso alle noch eine Scale-Rüstung in Pedo haben. Ja, wo ich grad... und ne... äh, und ne Tribal. Ja, jeder... ne, 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 ne Tribal hab ich noch nicht direkt. Wow. Alter. Warte, ich hab ja noch vor mir, äh, eine richtig... Ja, haben wir auch. Hab ich schon eine? Alter! Alter! Ich hab mich grad voll erschreckt, ey. So. Äh, ja, genau. Und, ähm, irgendwas wollte ich noch sagen, ähm... Ey, und der Witz fickt euch, ihr Unruhrensünde. Ich, äh... Ich bin überhaupt nicht... Komm, Kata! Los! Los! Oh! Oh! Hallo? Er macht gar nichts. Ich bin überhaupt... Ich bin überhaupt... Ich bin überhaupt... Ich bin überhaupt nicht aggressiv, ihr Schweinehund, ihr kleinen Mistkanacken. Ich hasse diesen Typen, der diese Map gemacht hat. Ihr Unruhrengesöhne. Bitte geht's sterben. Ähm... Ja, Toni, Toni, Toni... Ist gut, Toni... Toni, bleib ruhig. Ich hasse euch alle. Ja. Ja. Irgendwas... Wo waren wir eben grad stehen geblieben, bevor jetzt... Toni das geschafft habe? Ne, meine Mutter. Ne, davor. Was hab ich noch mal zuletzt gesagt? War ich das noch? Ähm... Tribal-Rüstung und Siev-Rüstung und Scale-Rüstung. Genau, das hab ich heute nämlich in den Kommentaren bei mir gelesen, bei meinem Video, dass... Ich hab ja Dornen beim letzten Mal... Also in dem Video raufgemacht und dass es halt nicht gut ist für die Rüstung. Ja. Dass dadurch halt... Ich danke nochmal dem Zuschauer, ich werd das nochmal raussuchen, wer mir den Tipp gegeben hat. Ich bin mal sehr... Sehr nice auf jeden Fall. Also immer weiter her mit den Tipps. Und ähm... Weißt du, was hast du gemacht? Ich hab Dornen auf meine, glaub ich, Diebesrüstung gemacht. Nein, runtergefallen. Und... Und... Und was ist daran so schlimm? Ja, dadurch wird deine Rüstung, ist sie schneller kaputt. Das ist so. Also irgendwie 50 Kurschein geht... Geht sie schneller kaputt. Fuck. Da drüben war außer dem Thumbus grad... Nein! Alter. Ja. Und ich danke auf jeden Fall dem Zuschauer, der das reingeschrieben hat. Davon profitiere ich ja auch nur. Alter! Für euren Tipps. Na, fickt euch, fickt euch, fickt euch. Tudi, was sagen eigentlich deine Zuschauer bei dir? Äh... Ich habe keine Zuschauer und bin auch darüber sehr glücklich. HUN! Holy moly. Alter, jetzt pehle ich hier schon. Also... Sag mal, ich will jetzt nur anmerken, dass ich sowieso jetzt nicht so ein großer YouTuber bin, der so total viele... Oh! In einem Sprung. Pass auf, dann nicht so, dass so viele Leute sich an... Äh... Nein! ...die ihn angucken, also... Was ist das? Damit ist bei mir sowieso alles raus. Also ich habe sowieso keinen, der mir zuguckt, Kata. Ach, okay. Also... Wird auch nicht... Oh, zu spät. Ich werde nochmal... Ja, ihr seid easy, ey. Easy. Ja, ist auch easy. Oh, fuck. Jetzt bin ich nicht weit... Weil Toni da vorher aufgesprungen. Ah, geil. Jetzt fängt er wieder an zu fluchen. Ja. Na... Oh, wie macht man den... Diesen, äh... Zweiten Boost-Sprung? Gar nicht. Du darfst keinen Boost haben. Ach bitte? Achso, okay. Das steht auch... Das steht auch da unten dran. Nein! Ich glaube trotzdem nicht... Es ist doch schön, dass da steht. Ja, ich habe es... Nicht gelesen, weil ich nicht sprechen kann. Hä? Du hast es nicht gelesen, weil du nicht sprechen kannst. Kata, jetzt erklärst du mir den Sinn, bitte, davon. Ah, will ich nicht. Nein! Du hast nicht jetzt einen Shampoos drauf. Warum? Ja, habe ich mir auch gefragt, warum ich einen Shampoos drauf habe. Den ich noch nicht mehr brauche. Für die meisten... Für... Zwei Jumps hintereinander braucht ihr keinen Jumpoos. Ja, ja, ich weiß. Was muss denn zum Hochspringen? Ja, da habe ich ihn schon. Ja, klar. Äh... Nee, Karl, weißt du? Hier? Hier darfst du keinen Shampoos, hier musst du aufpassen. Dann kannst du springen und nicht so fehlen, dann bist du nicht. Ha! Na gut so, und da darfst du auch keinen Shampoos haben. Beim nächsten schon. Habe ich keine Ahnung. Ja. Ja. Ja, geschafft. Yeah. Ich weiß, ich bin grad immer mit meinem Internet ein bisschen auch rauszuleben und gucke auf mehr Pizze. Also, aussehe gefunden. Dankeschön. Egal, oder? Ja, wir sind die Pros, also. Auf jeden Fall freue ich mich auf den Livestream. Also, äh, da kommt auch noch ein Video, das werde ich nachher noch machen. Und... Echt? Ja, ja. Ich habe jetzt... Das letzte Mal habe ich überhaupt nichts... Also, da habe ich halt nur auf der Facebook-Seite von Epic Gaming Guys. Könnt ihr auch auf jeden Fall raufscheuen. Ohne Witz, Protokal zu einmal... Nee, er hat... Nee, er war drauf, als du reinkamst. Hm... Nee, als er unten stand, dass du die geschafft hast. Ich mach... Hm... Was findest du eigentlich, ja? Gott, wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Doch. Doch. Ich bin Zeuge. Ich bin Zeugen Jehovas. Ach Gott. Nein! Zeugen Jehovas feiern kein Halloween. Wisst ihr warum? Warum? Weil sie sich nicht mehr verkleiden brauchen, oder? Weil sie keinen Bock darauf haben, dass die ganze Zeit jemand an der Tür klopft. Und klingelt. Fremdes an der Tür klopft.